Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Special Video und zwar ist heute bei euch zumindest, bei mir ist es erst in 58 Minuten soweit, aber bei euch ist heute am Upload-Tag der 25. Februar bzw. 25.02.2016 und das ist ein ziemlich besonderer Tag für mich und den Kanal und zwar ist das nämlich, dass ich genau vor 5 Jahren, am 25.02.2011, meinen Kanal gegründet habe und das erste Video hochgeladen habe. Also ich bin seit über 5 Jahren jetzt auf YouTube, womit ich übrigens mehr Erfolg habe als Zähne, haha. Und ja, auf jeden Fall, 5 Jahre YouTube und ich kann eigentlich nur sagen, es läuft eigentlich momentan ziemlich cool. Sobald ich weniger Stress habe, kann ich natürlich auch mehr Videos machen, es tut mir leid. Ich versuche mich möglichst dran zu halten, aber es freut mich, dass ihr so treu bleibt, dass ihr die Videos guckt und dass sie euch auf jeden Fall auch gefallen. Danke dafür, dass ihr hier seid. Es gibt ja echt manche, die seit fast 5 Jahren dabei sind. Und also Riesendank an alle, die dabei sind, ob ihr nur seit 5 Jahren dabei seid, ob ihr nur seit 2 Stunden dabei seid. Hauptsache, ihr seid dabei und das freut mich. Und ja, auf jeden Fall habe ich ein kleines Special. Das werde ich am Sonntag, werde ich dazu mehr Infos hochladen. Und zwar wird es einen Wettbewerb geben, in dem so ziemlich alles gefragt ist. Also was immer ihr könnt, es ist wahrscheinlich gefragt. Und falls ihr es nicht könnt, äh, falls es was anderes ist, falls ihr könnt, dann werde ich das irgendwie auch schon irgendwie abfragen. Jedenfalls, ähm, also, ähm, es wird in die Richtung gehen, Video-Editing, Bildbearbeitung, was auch immer. Also, falls ihr irgendwie ein bisschen Ahnung von irgendwas habt, könnt ihr da mitmachen. Wie gesagt, was es ist, gibt es Infos am Sonntag, da könnt ihr Einfluss auf den Kanal haben. Da könnt ihr wirklich einen Teil des Kanals sozusagen werden, mit Link in den Beschreibungen und auf dem Kanal und so weiter. Ihr könnt, glaube ich, schon euch denken, in welche Richtung das geht. Und ja, ich weiß nicht, ob ich noch direkt noch was anderes mache. Ähm, muss ich mal gucken. Hab ja jetzt sowieso, bin jetzt ein paar Tage weg. Dann werde ich da überlegen, ob ich mir noch irgendwas Kleines einfallen lasse für euch. Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, am Sonntag gibt es mehr Infos und ich will mich einfach nur bedanken für 5 Jahre YouTube. Ist ziemlich geil. Halbes Jahrzehnt und, ähm, ja, dann auf mindestens weitere 5 Jahre. Oder wenn nicht sogar länger, ne, Leute? Auf jeden Fall danke fürs Dabeisein und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hab's gewonnen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer GGG. Ciao.